Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück. Heute geht es weiter mit FreeJS und ja heute werden wir tatsächlich keinen Code schreiben, aber ich möchte euch einige Dinge zeigen, die ihr verwenden könnt, die wir hier einfach, ja weil sie alle quasi gleich sind, brauchen wir die nicht wirklich selber verwenden. Und zwar ihr könnt hier einfach tatsächlich sagen, was ihr hinzufügen wollt. Wir haben schon eine Box gesehen, das heißt wir haben hier diese Box und hier sehen wir auch wunderbar immer direkt, was das Ding eigentlich für Eigenschaften hat. Sekunde, ich muss hier ganz kurz mal so ranzoomen, dass es auch einigermaßen sichtbar ist. Wir sehen hier auch direkt, was das Ding für Eigenschaften hat. Das heißt wir sehen hier auch sofort die Position, die Rotation, die Skalierung. Also ich kann hier zum Beispiel sagen, ich möchte das hier skalieren. Ich kann hier den Haken tickern, dann ist es halt nicht mehr gleichmäßig. Ich kann hier aber sagen, das bleibt so. Ich kann sagen, es wirft Schatten. Ich kann sagen, es entfängt Schatten. Ich kann es visible machen oder nicht visible machen und dieses Thrustum-Cull, das kommt vielleicht irgendwann anders. Und dann kann ich hier noch zusätzlich eben solche Sachen wie die Geometry beeinflussen und das Material beeinflussen. Und hier kann ich dann auch noch weitere Dinge auswählen. Das machen wir auch noch separat. Aber auf jeden Fall, hier kann ich quasi sehen, was eine Box so tut. Und ich kann hier zudem noch in diese Szene, kann ich sehen, welche einzelnen Elemente in dieser Szene dranhängen. Und ich kann jetzt neue Elemente auch an die Box dranhängen. So und was jetzt auch viele tun ist, sie benutzen Gruppen. Das heißt wir haben hier eine Gruppe von Objekten und hier kann ich zum Beispiel meine Box reinhängen. Das heißt hier quasi in diese Gruppe rein. Dann kann ich die ausklappen. Eine Gruppe ist einfach nur eine Sammlung von Objekten. Und wenn ich jetzt mir hier eine Gruppe mache, die mehrere Boxen enthält. Diese Box verschieben wir mal noch hierher. So und so. Und dann packen wir hier noch einen Circle rein. Wobei ein Circle ist zweidimensional. Das ist einfach nur ein flacher Kreis. Wir wollen eine Sphere haben. Wo ist sie denn? Wobei wir können auch einfach mal hier ausprobieren. So, das ist ein Zylinder. Dann haben wir noch ein Okto-Hedron. Whatever. Habe ich noch nie benutzt, ehrlich gesagt. Okto-Hedron. Ok-ta-Hedron. Hey, hey, hey. Aber Sphere kann man natürlich benutzen. Das ist eine Kugel. Eine sehr hässliche Kugel, weil sie nicht wirklich perfekt rund ist. Weil sie nicht so detailliert dargestellt wird. Was wir übrigens theoretisch einstellen können. Hier sehen wir die Width-Segments. Also wenn wir die natürlich hochstellen auf, sagen wir mal, 20. Dann wirkt die Kugel natürlich deutlich runder. Und zum Beispiel hier auch die Height-Segments. Kann man hier auf 30 hochstellen. Dann wirkt die Kugel natürlich deutlich runder. Wie wenn ich hier zum Beispiel 2 mache. Und 2 mache. Dann sieht das Ding halt einfach so aus. Also das ist quasi, wie viele Punkte hat eigentlich unsere Kugel. So hat sie gerade mal nur ein. So, aber 20 auf 20 ist eigentlich eine relativ runde Kugel. Und dann kann ich hier natürlich noch einen Torus hinzufügen. Wobei der auch nur zweidimensional ist. Das brauchen wir auch nicht. Aber ja, solche Dinge kann ich hier eben hinzufügen. Manche von denen sind eben zweidimensional. Und manche sind nicht zweidimensional. Und jetzt füge ich die alle hier in die Gruppe ein. Und dadurch bekomme ich hier direkt eine Szene. Und wenn ich jetzt was mache mit dieser Gruppe. Ich kann hier zum Beispiel einfach sagen, diese Gruppe, die verschiebe ich. Dann verschiebe ich plötzlich alle. Und das ist genau das, was wir bisher gemacht haben. Ihr könnt jedes Objekt quasi als Gruppe verwenden. Eine Gruppe ist quasi einfach ein Objekt, das keine Geometry hat. Also quasi einfach ein leeres Objekt. Ich kann jetzt aber auch hier her gehen und sagen, die zweite Box hängt an der ersten dran. Und die Translation ist abhängig von der zweiten Box. Ja, also sozusagen hier. Das heißt aber auch, wenn ich die erste Box verschiebe, verschiebe ich automatisch beide Boxen. Und wenn ich die Gruppe verschiebe, verschiebe ich ja auch die erste Box. Und somit verschiebe ich auch alles. Und somit kann ich mir wirklich eine Hierarchie aufbauen an den ganzen Objekten, die ich hier habe. So, jetzt geht es natürlich noch ein bisschen weiter. Ich will euch die verschiedenen Lichttypen vorstellen. Und zwar haben wir hier einmal das Point Light. Das ist das Licht, was wir kennengelernt haben. Das sieht einfach so aus. Es ist halt einfach eine Lichtquelle genau von einem Punkt aus. Das ist aber relativ selten. Ihr könnt auch Lichtquellen hier dranhängen, wo ihr sie haben wollt. Also zum Beispiel an die Box oder an die Box oder an die Gruppe oder direkt in die Szene rein. Völlig egal. Jetzt machen wir aber hier mal die Point Light Intensität ein bisschen runter und schrauben die mal so auf 0,06. Das ist relativ interessant. Jetzt machen wir hier mal die Shadows an. Gut, das bringt immer noch nichts, weil wir hier bei den ganzen Objekten hier noch nicht gesagt haben, dass die Schatten empfangen sollen. Aber das könnt ihr dann bei euch so ein bisschen einstellen. Und jetzt sagen wir hier, okay, wir wollen noch eine andere Lichtquelle haben. Und zwar das Ambient Light. Das Ambient Light wirft einfach gleichmäßig überall sein Licht hin. Egal, wo es ist. Ihr seht es. Völlig egal, wo ich das Ding hinschiebe. Die Lichtquelle ist immer gleich. Und ich kann natürlich hier die Intensität hochdrehen, aber es ist völlig egal, wo das herkommt. Das heißt, das ist einfach so eine Grundbeleuchtung von allen Flächen sozusagen. Das ist das Ambient Light. Ich mache die hier jetzt mal wirklich nur sehr, sehr schwach auf 0,1. Dann gibt es aber auch noch das Directional Light. Das ist sozusagen eine gerichtete Lichtquelle. Und die packt es normalerweise hier relativ weit oben hin. Und das könnt ihr euch so vorstellen wie zum Beispiel die Sonne. Ja, die Sonne ballert da einfach drauf und beleuchtet manche Seiten halt sehr stark. Und wenn ich jetzt hergehe und zum Beispiel meine Gruppe rotiere. Okay, das war vielleicht die falsche Rotation. Ich meine diese hier. Nein, ich meine natürlich die andere. Ah, immer dasselbe. Genau. Hier, also ihr seht, da werden dann die einzelnen Objekte tatsächlich von verschiedenen Seiten beleuchtet. Denn die gerichtete Lichtquelle, die scheint genau in eine Richtung. Die scheint genau von hier, also von dieser Position 5, 14,72, 18,252, scheint die auf einen gewissen Punkt. Und diesen gewissen Punkt, den kriegen wir hier über diesen weißen Strahl erstmal hin. Jetzt sehen wir hier allerdings direkt, naja, der weiße Strahl, der ist hier halt einfach nicht so. Und ich sehe leider hier bei meinem Directional Light auch nicht die Möglichkeit, es irgendwie zu drehen. Das heißt, wir sind hier erstmal gefangen. Klar, wir können es hier einfach so weiterschieben. Aber ja, es leuchtet immer genau auf den Ursprung. Und deswegen benutzt man das normalerweise als Sonne. So, es gibt aber natürlich die Möglichkeit, ein so gerichtetes Licht hier tatsächlich dorthin zu packen, wo ihr es haben wollt. Also wirklich dorthin scheinen zu lassen. Also zum Beispiel, wenn jetzt eure Szene nicht unbedingt an 0,0,0 unbedingt beleuchtet werden soll. Normalerweise sind die sowieso so weit weg. Wie gesagt, als Sonne sind die wirklich sehr weit weg. Das ist auch völlig okay. Und dann merkt man das auch gar nicht. Das ist eine einfache Grundbeleuchtung. Also normalerweise nimmt man auch die und nicht das Ambient Light. Aber in manchen Fällen kann es natürlich sinnvoll sein, so ein Directional Light auch ein bisschen, ähm, nun ja, in eine Richtung scheinen zu lassen. Und die muss nicht unbedingt der Ursprung sein. Und das kann man jetzt folgendermaßen machen. Wir fügen uns hier eine Gruppe hinzu. Und dann sagen wir, okay, wir ziehen dieses Directional Light auf diese Gruppe. Und jetzt können wir nämlich diese Gruppe, achtet bitte darauf, dass diese Seite hier gerade dunkel ist. Jetzt können wir diese Gruppe einfach rotieren. Und dementsprechend rotiert sich auch die Sicht von unserem, ähm, von unserem Directional Light. Das heißt, wir scheinen jetzt von einer anderen Richtung hier auf diesen Ursprung. Und wir können jetzt auch verschieben, wo das hinscheinen soll, indem wir hier einfach die Position der Gruppe verändern. Und dort scheint jetzt das Directional Light exakt immer hin. Also dann, damit ändert ihr quasi die Richtung davon. So, ähm, jetzt fügen wir noch ein weiteres Licht hinzu, und zwar das Spotlight. Und das Spotlight ist im Endeffekt genau das. Es scheint als Spot, ja. Das heißt, ihr habt wie ein Scheinwerferlicht auf genau eine Gruppe. Ihr seht es hier auch, wenn ihr hier drankommt, das ist jetzt richtig stark beleuchtet. Und zwar von allen Seiten. Und das liegt zum einen natürlich an der Sonne, zum anderen an diesem Ambient Light. Aber, ähm, es liegt vor allem, und das ist dieser, dieser komische Quader, äh, dieser komische Bereich hier. Das liegt vor allem da dran, dass dieses, ähm, Spotlight genau auf diese Stelle wirft. Und hier können wir jetzt natürlich auch alles so einstellen, wie wir es wollen. Wir können das Spotlight so groß machen, wie wir das wollen, wie wir es brauchen auch. So ungefähr ist doch ganz angenehm. Wir können die Entfernung einstellen, wie weit das Spotlight, ähm, möglich sein soll. Hier also, wenn ich quasi sage, okay, das Spotlight geht nur bis hier, dann wird halt danach nichts mehr beleuchtet. Aber ich kann es auch tatsächlich auf Null stellen, dann geht es unendlich weit. Ähm, und so können wir quasi einiges sehen. Also das ist zum Beispiel bei einer Taschenlampe super geil. Wenn ihr eine Taschenlampe modelliert, dann nehmt unbedingt ein Spotlight. Das ist genau das, was ein Spotlight Gutes macht. So, natürlich kann ich ja auch wieder die Intensität und die Position verändern. Aber ich brauche auch hier wieder, um das ganze Ding rotieren zu können, eigentlich eine Gruppe, mit der ich das dann rotieren kann. So, und jetzt sehen wir, ich habe es gleich mit rotiert, indem ich es an die Gruppe drangehängt habe. Okay, so, das ist jetzt das Nächste. Und dann haben wir als letzte, ähm, Lichtquelle sozusagen auch noch das Hemisphärenlicht. Ja, ähm, das ist einfach sozusagen, ähm, noch eine Art Hintergrundlicht, die ich jetzt hier gerade mal gar nicht weiter erläutern möchte. Ähm, aber ja, das sind so unsere ganzen Szenen. Und wenn wir uns das jetzt mal angucken, dann ist das schon eine relativ komplexe Szene. Ich kann hier natürlich auch noch einen Background wählen, also zum Beispiel eine Farbe, in dem Fall schwarz. Ich kann eine Environment wählen, gut, okay, die brauchen wir nicht. Ich kann Fork wählen, zum Beispiel Linear oder Exponentiell. Ähm, und dann kann ich hier einiges einstellen. Hier zum Beispiel auch einen roten Fork oder sowas. Ähm, ja, also ihr seht, hier kann man sehr, sehr viel machen, tatsächlich. Und, ähm, also Fork ist Nebel, nur so zu sagen. Und hier kann man wirklich sehr, sehr viel machen. So, und was ihr jetzt machen könnt, damit ihr das vielleicht nicht jedes Mal wieder von neu modellieren müsst, gerade für den Anfang ist das relativ angenehm. Ihr geht hier auf File und dann Export Scene. Und dann könnt ihr hier tatsächlich speichern das Ganze in einer Scene.json-Datei, die dann eben eure Szene hier enthält, genauso wie ihr sie gerade eingerichtet habt. Also zu genau diesem Zeitpunkt auch. Und wenn ihr das dann in eurem Code verwenden wollt, wir sehen hier, wir haben dieses Scene.json, können wir gerne mal reingucken. Ziemlich viel Zeugs, ja, ähm, sagen wir mal so, das werde ich nicht tun hier. Aber wir können natürlich hier ganz einfach sagen, okay, ähm, wir laden uns diese Szene. Und das geht eigentlich relativ gut. Wir fügen die jetzt sogar tatsächlich einfach zu unserer Szene hinzu. Und zwar in einer Function, die nennen wir LoadScene. Ähm, und die frisst sogar unsere Szene und fügt dann dort quasi die weiteren Objekte einfach hinzu. So, das heißt, wir nutzen jetzt unseren varLoader, ist gleich. Und jetzt gibt es da von 3 den sogenannten ObjectLoader. So, der ObjectLoader, der macht genau das. Er lädt Objekte. Das heißt, wir sagen hier der Loader.load, bitte. Und zwar, ähm, die Datei Scene.json. Also bitte achtet darauf, dass euer Pfad hier auch stimmt. Im Zweifelsfall macht ihr hier Copy Relative Path. Und dann könnt ihr das hier einfügen. Scene.json in unserem Fall. Und dann gibt es natürlich noch die Callback-Funktion. Das heißt, jedes Objekt, was über dieses JSON-Objekt geladen wird, also in dieser JSON-Datei drinsteht, das wird dann, auf dem wird noch irgendeine Funktion ausgeführt. Und diese irgendeine Funktion, die definieren wir hier hinten. Also Object. Und, ähm, ja, hier sagen wir jetzt, da brauchen wir tatsächlich ein bisschen mehr Klammern, würde ich behaupten. So, und hier rein packen wir jetzt quasi, was da eigentlich gemacht werden soll. Das heißt, das ist, wenn die, ähm, geladen werden, was dann getan werden soll. So, was wir natürlich wollen, ist, wir wollen sie zu unserer Szene hinzufügen. Das heißt, Scene.addObject. Also dieses OBJ hier oben, das steht quasi für Object und, äh, nicht Semikolon. Und dann brauchen, doch, hier kommt ein Semikolon hin. Ähm, dann brauchen wir aber noch eine Funktion. Und zwar, ähm, was wir machen wollen in unserem Fortschritt, ja. Und hier können wir jetzt ein paar coole Sachen machen. Und das heißt, was wollen wir, hier kommt quasi rein, was wir machen wollen, solange das Ding noch lädt. Also Function, ähm, x und, äh, hier kommt dann wieder eine Funktion draus. Also das ist quasi wieder eine Funktion. Und hier können wir das quasi in unserer Konsole angeben, wie weit wir eigentlich schon am Laden sind. Das heißt, wir sagen hier x.loaded, äh, geteilt durch x.total mal 100. Und dann geben wir quasi aus, wie viel Prozent wir schon geladen haben. Das heißt, loaded, so. Also wir haben so und so viel Prozent schon fertig geladen. Das könnt ihr natürlich auch auf eurem Screen, ähm, anzeigen lassen. Das ist absolut kein Problem, funktioniert wunderbar. Und als allerletzte Callback-Funktion haben wir hier noch die Möglichkeit, eine Funktion anzugeben, die einen Fehler ausgibt. Also das heißt, wenn irgendwas schief läuft bei diesem, ähm, ganzen Prozess hier, da kann ja schon mal was schief gehen. Vielleicht ist die Scene.json einfach nicht mehr aktuell oder kaputt oder sowas. Dann geben wir hier einen Fehler aus und sagen, console.log. Ähm, ah, und hier oben fehlt das Semikolon, das tut mir leid. Ähm, error died. So, wunderbar. Und jetzt haben wir schon eigentlich unsere Szene neu beladen mit eben den neuen Objekten. Im Endeffekt ist die wichtige Zeile die hier, also diese drei Zeilen sind eigentlich die magischen Zeilen. Ja, dort wird die Scene.json eingeladen oder aufgemacht sozusagen. Und die Objekte, die da drin sind, werden dann eben zu der Szene, die wir hier als Parameter übergeben haben, hinzugefügt. So, jetzt müssen wir natürlich die Szenen noch wieder zurückgeben, return Scene. Und hier oben schreiben wir dann ganz einfach rein, ja gut, also Scene ist gleich loadScene von Scene. Und so fügen wir quasi dann einfach diese Dinge hinzu. So, jetzt öffnen wir mal ganz kurz Free. Und wenn wir das aktualisiert haben, dann sieht das Ganze so aus. Das heißt, wir sehen hier auch wirklich dieses Spotlight, das wir hier haben. Wir sehen das Directional Light, was wir da haben. Dieses Objekt hier, also die Plane dreht sich immer noch, aber die anderen Objekte, die sind halt einfach da. Aber wir sehen auch nicht alles, weil unsere Kamera natürlich nicht alles einfangen kann. Ja, aber wir haben mittlerweile eigentlich eine echt schöne Szene. Ähm, gut, vieles von den Dingern wirft jetzt natürlich auch keinen Schatten. Das können wir hier sehen. Und manchmal haben wir hier solche komischen Clipping-Fehler, die eigentlich seltsam sind. Aber wir haben eine schöne Szene. Es passiert auch ein bisschen was darin. Und ja, ich würde sagen, das war ein Erfolg. Und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.